Ich bin dafür, das machen wir einfach. Ein Haus im Spawn bauen, oder was? Ja, voll schönes. Unverboten. Ja, unverboten ist das Sinn, aber unter der Woche können wir eh nichts anders machen, oder? 1, 2. Test. Hallo, Leute! Sagen Sie, wie hören Sie? Mein Name ist Ihnen. Der da oben rumsteht. Hallo. Kann man eigentlich schon abbauen? Oh, oh. Dann hätte ich jetzt gesagt. So. Warum steht bei mir nicht, dass ich wieder angreifbar bin? Also, wir sind immer noch... Wurden wir gespawntrapt? Wurden wir gespawntrapt? Wurden wir gespawntrapt? Wurden wir nicht. Was soll ich mir das bedeutend sagen? Dass uns jemand aufklauert hätte. Hauptsache, bei mir steht immer noch Revo. Ich hab Eisen gefunden. Alter, was? Ich hab alles in den gefunden. Lol, also... Wieso hast du X-ray an? Äh, Spaß. Das wäre echt übel. Das wäre echt übel. Das ist alles blöde, wenn man, äh, theoretisch, äh, nimmt hier nicht jeder auf. Das ist immer so manche auch nicht. Weil ich auch nehm. Ja. Das wäre irgendwie... Nicht so lustig. Erstens wäre es nicht lustig. Zweitens wäre es übelst auffällig. Drittens... Total dumm. Das wäre richtig total dumm. Richtig total dumm. Richtig total dumm. Anderen und deutschen Scooter. Wobei es tatsächlich interessant wäre, ob die hier Antitide Plus oder Notchie Plus entstellt hätten. Weil das füllte der automatische X-ray Erz heraus. Ich hab übrigens keine Kohle mehr. Hast du Kohle? Ähm... Nein. Ich sehe halt den X-ray irgendwo. Wie viel, wie viel habe ich? Sieben Iron. Haben wir ne Workbench da? Wenn wir sagen, unser Versteck hier unten ist immer noch genial unter dem Baum. Das ist super. Aber ich würde sagen, wir gehen einfach tiefer runter. Äh, ja... Na, lass, 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 lass. Gut, dann machen wir das weiter unten. Achso. Ich brauche das auf. So. Gut gehen. Tief. Können wir das ja noch hinten? Ah, schau mal, Friendly Fire ist jetzt aus. Ah, okay. Alles klar. Ich sehe halt wirklich nichts, weil ich halt noch die... Äh, äh... Neonröhre als Kamerlöhre-Licht drinnen habe. Ich weiß nicht, Koordinaten können wir anmachen, oder? Das brauchen wir ja nicht. Ich mach die Paranatmos. Ja... Ich kann dir gerne sagen auf die Höhe. Du brauchst es nicht anmachen. Ich kann dir sagen, du bist überall auf 50. Alter, ich sehe nichts, Sebo. Ja, ich suche immer... Also voll. Brightness war nicht auf 100%. Ja gut, das hilft jetzt aber auch nicht so viel. Hallo. Grüße. Ich hab hier von Anfang an runtergebaut. Ich hab Kohle! Sehr gut. Ich auch. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ich mach erstmal nicht hier. Kohle, Kohle. Tralala. Oh, das ist ja... Das war's die gleiche Kohlehaare gewesen, du Depp. Ja. Alter. Ah. Okay, wir müssen eigentlich jetzt nicht auftauchen. Können jetzt die ganzen Kunden bleiben bei euch? Ja, Essen aber genug. Du musst doch aufpassen wegen Vorteil. Ich mein... Oh, das wird nicht so tief. Ich hab Eisen gefunden. Du hast ne Spitzacke verloren. Okay. Meine Spitzacke ist am Arsch. Ja, super. Ja. Ja, nix. Hm. Machst du mir ne Spitzacke? Ja. Hast du oben die Workbench nicht aufgesammelt? Geh weg. Äh, da baue ich ab, du! Äh, du stehst bei mir in der Luft. Läuft. Ich hecke. Also ich stehe bei mir übrigens auf nem Block. Ja. Noch mehr Eisen! Wuhu! Du hast aber Glück. Ja. Dann wir bounceen runter bis zur irgendeine Entfernung. Ja. Mach'n Fassung bei dir auf. Das mach' ich jetzt. Was machst du? Kannst du mir dann joinen? Joine. Äh. Merkst du, was du für'n Scheisswiller bist, Junge? Äh, ja. Ich brauch' keine Höhlen. Scheiße. Eben unten genug Sachen. Geh weg! Das wär' jetzt hinter der Krönung gewesen. Wirklich. Ja, für alle, die's nicht wissen, ja. Jetzt grünen wir nicht nach. Warum nicht? Hast du noch Kohle? Ja, jetzt kannst du nicht leisten Kohle. Sehr gut. Entschuldigung. So, wir sind jetzt auf 16. Äh, 11 runter am besten. Ja, 11, super. Helfisch voll gut, Alter. 12, 13, 12. Okay, dann machen wir meine Koordinaten wieder aus. Ich werd' die sowieso nicht sensieren, weil was bringt's mir? Meine Videos guckt doch eh keine Lauf. Ha! Ja, es ist halt so. Ich find's so lustig, wie alle Leute hier sogar hier ihre Koordinaten sensieren, aber das guckt doch niemand. Ist auch wieder wahr. Oh, hier hab' Gold gefunden. Ist schon gut. Ja, für Goldäpfel, ne? Ja. So, wir machen jetzt gerade hier das Battle übrigens, wer jetzt erst das Tier findet. Und ich würde sagen, wir gehen nicht auf Tier schwer, sondern auf Eisenspiel, aber dafür auf Tierrüstung. Weil meine Taktik, das letzte Mal auf God 4 Eisenrüstung zu gehen, war nicht so... War jetzt nicht so der Burner. Oh lol, ich hätte gerade fast gedacht, meine Aufnahme hat nicht aufgehört. Aber dem war nicht so. Du kannst übrigens, glaub ich, auch drei Blockhörgänge machen, wär' ganz praktisch. Praktisch. Besser? Für... Inge so viel ist das super. Aber ich find irgendwie nichts. Ich hab' Gold gefunden. Ah ne, so... Ja, das war mein Gold. Psch, psch, psch. Vielleicht merkt's keiner. Ja. So, ich mach' hier mal... Was ist das? Ich will sagen, wie er als erstes beim Border ist, ne? Ich hab' Lapis! Ja, hallo! Kannst du bitte mir das Spielzeug gegeben? So, da bauen wir unser Lager ab. Das ist gut. Besser. Oder hast du nicht mal Holz? Doch doch. Sogar viel. Ich hab' Lapis. Das heißt, wir können uns eine Grundverzauberungsausrüstung verzaubern. So, dann ist das so. Dann ist das so. Äh, hab' ich das Zuckerrohr noch hier? Perfekt. Wir könnten auch versuchen, sobald wir Wasser finden, äh, euer Zuckerrohr anzubauen. Kohle, Kohle, Kohle. Na, Eisen, 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 Eisen. Ähm. Wow! Es ist übrigens total random, dass ich im Moment überhaupt gar keine Hinterkommensmusik habe. Sondern die ersten Nachträger ich auch denke. Mach' ich auch, aber... Ist trotzdem ungewohnt, äh... Keine Hinterkommensmusik zu hören im Moment. Weil ich ja zur Zeit alles nur mit Musik mach'. Wir haben tatsächlich noch, äh, keine Diamanten gefunden. Ist das echt schade? Och, du nicht. Aber ich bin der Meinung, dass wir das heute vielleicht sogar noch schaffen. Hm? Na, deswegen nicht. Das ist echt ziemlich einrichtig. Muss ich ehrlich sein. Äh... Ist der Platz da übrigens? Ja, ich muss das ja alles mal... Also statistisch gesehen sind manchmal mehr Diamanten da als woanders. Äh... Ob das jetzt so viel bringt, wenn man das weiß, ist die andere Frage. Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber... Ich mach' jetzt... Einen spitzen. Äh, nein, machst du nicht. Hab' ich schon. Hab' ich schon. Rösten. Wieso? Winst du fallen? Oder was? Wollten wir nicht irgendwie nicht again? Ja, aber... Ja, aber... Sie finden voll bisschen eisen, dass wir voll wenigstens von Iron sind und vielleicht sogar dir halt. Also am besten würde ich sagen, wir gehen einfach sofort hin. Wir müssen... Wir müssen so schnell wie möglich in den Netter gehen. Das ist eh klar. Das ist ja Voraussetzung... Natürlich. Voraussetzung zum Leben. Yay! Wie viele denn? Ey, warte, wir werden nicht abbauen. Erst rundherum bauen, ob da Lava ist. 5... 6... Enchanter! 8, Mann! Ich hab' 8 Videos gefunden. Nice! Ey, super. So Enchanter haben wir sicher. Hey! Weißt du, was mich das jetzt gerade erinnert? Ah! Ah! Zweiter Folge, Tiermann? Da war kein Lava-Serie und so! Oh ja! Ah, das war dumm! Marco ist die letzte Rache für... ...dings... ...für XP. Also das ist... Ja, können wir auch machen, aber... ...für den Anfang brauchst du eigentlich nicht zu viel XP. Das heißt, wenn wir jetzt schon verzauern können, ist eh jemand. Also... Aber die Frage ist halt, was wir verzaubern. Also auf Eis und Schwerter ist halt... Das wird auch noch nicht das Problem. Ja gut, Obsidian haben wir eigentlich das... Äh, das haben wir noch nicht. Ich glaub, Goldfunden. Sehr gut. Und da war gerade eine Lava-Textur. Warum auch immer. Also ich... Wir sollten das erste Mal gescheite Rüstung haben. Und dann... Ja, inwiefern gescheite Rüstung. Ich fuhle da einfach noch hin. Ja, aber mehr nett, oder? Ja. Wird reichen. Ja. Wird reichen. Ja, nett nur XP. Da hast du halt auch noch... Ähm... Ne, erwartest unseren Käse. Andererseits brauchen wir halt noch... Ich hab schon... Ach... Ich hab schon... Ach... Ach... Ich hab schon... Ich hab noch nie mal eine... Steinschaufel. Ich höre Lava, Sebi. Sehr, sehr gut. Ja, es ist was. Komm mal bitte mein... Mein Gang entlang. Ich hab drei Eisen. Und dann... Ja, easy. Natürlich. Lalalala. 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 Oh, fuck ich. Bringen wir bitte eine Steinspitze her mit. Haben wir Essen gefunden? Gibt es mir eine Steinspitze mit? Nein. Ach, ich bau mir einfach hier eine Workbench. Natürlich. Ja, aber... War mit voll. Wir sind unter nem Wald. Ne, geil. Also bedürfst du es keine Ängste. Ähm... Fahrt bauen, oder? Ne, aber nicht. Warum war ich mit? Weil... Alles nach Warenregeln hier ist... Wahrscheinlich, ne? Ja, wir... Wir klauen einfach die Regeln von anderen Projekten. Auch gut. Zum Beispiel ist das eine Schade finde, weil so ein eigenes Netherportal würde die... Wäre echt viel reizvoller. Stell dir mal vor, da würde dann einfach andere Leute reinkommen. Der das erste Netherportal hat... Quasi alle Leute mit seiner Base. Wäre ich auch so cool und... Prost und Besikt? Nein, oder? Nein, oder? Wir sind so cool und sagen einfach nicht, was wir haben. Ich habe eine Höhle gefunden. Echt? Mit Lavasee. Das ist optimal. Und Lapis. Mehr Lapis. Der Kohlen. Soll die überhaupt bauen, oder? Ja, Brennstoff. Deko. Keine Ahnung. Na, ich bin dafür. Wir könnten es auch so machen, wie ich in den Projekt des... Benzo hieß der doch, oder? Benzo Plate. Der hat doch auch mal sowas organisiert, ne? Da habe ich mir doch einfach ein Haus gebaut. Ich bin dafür. Das machen wir einfach. Ein Haus unspornbar, oder was? Ja. Unverboten. Aber unter der Woche können wir eben nichts anderes machen, oder? Okay. Ich war ja letztes Mal schon derjenige, der dafür bekannt wurde, das Projekt angeblich total zu sprengen mit meiner chronischen abgesprochenen Kämpferverweigerung. Ja, es ist doch so langweilig, wenn du Kämpfe absprichst. Entschuldige mal. Außerdem weiß ich, dass ich so funktionieren werde, also pff. Ich hab die Jaskunde. Nett nochmal! Ja. Ja gut, dafür habe ich jetzt wohl einen wahrscheinlich. Ja, sehr gut. Ich... Ich bin echt ein bisschen wie viele das sind. Wenn es nochmal hart wäre, ey. Fünf Stück. Gut, das heißt schon mal zwei Diashuhe für uns und... ...ähh... ...ähh... ...n'Ern Enchander. Easy. Wahnsinn. Ich habe jetzt immer schon alle Hint schon 13 Dias. Ich habe noch kein 1-Ding. Ich fühl mich jetzt echt schlecht. Ja, ich... ...baue mich ja... ...also, ich strip meine ja so ziemlich effizient, muss ich sagen. Ich baue mich ja einen Gang entlang und dann baue ich dann die Wände rein. Achso. Ah, ich baue mich im Moment ja nur einen Gang entlang. Ja eben. Das ist die Wahrscheinlichkeit. Schon gering halt dann. Ja. Wir haben nur eine kleine Minute. Lol. So. Ich höre Wasser. Hä? Also ich bin am Anfang. Ja komm mal, pack mal 7 Sachen und komm mal meinen Gang entlang. Grabe dich, wenn du es einfach mal in die Seiten rein. Komm ich. Boah, ich hab grad fast in Lava gefallen, alter. Läch mich bitte nicht so. Ja, dachte ich mir auch gerade so. Was ist hier einfach so dreist in Lavasee? Alter, es ist ja lag grad, es ruckelt total. Ach so auch total. Was ziehe ich durch das Redstone drinsteck. Ähh. Tu mal leid, dass ich noch nichts abbauen konnte. 벌써 ruckelt das bei mir gerade so ok ich habe... hosted他们 lancen. Hey, soll ich gleich Obsidian machen? Ähl... ich mach einfach mal. Ja, mach das mal. Bei mir ruckelt es einfach gerade so total ingame. Ich weiß nicht wieso, ich vermute fast einfach wegen Open Broadcaster. Ich steh noch da den ganzen Redstone mit. Ja, tut das Judas? Ja, ich hör auch Laber. Ja, komm einfach nach, aber ich hab halt schon ob sie ihn gemacht haben, wie er gleichzeitig noch was er war. Okay, jetzt hat es aufgehört zu lächeln. Geil, Höhle. Schlucht! Ja, da bist du. Hallo. Wo ist er? Was? Ich komme erheb. Slash me. Viel, vor allem viel. Viel. Ah, das fühlt sich jetzt aber echt mehr wie ein Gefühl an, ne? Viel. Oh mein Gott. Wahnsinn. Da bist du. Stell dir mal vor, er hat er so geschrieben. Viel, Mann. Oh, gute Sachen. Hey, chill, 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 chill. Da. Ach so, meinst du. Ja, hast du eigentlich den Ofen gelootet, der unterwegs ist? Da waren 21 Eisen drin. Äh? Das ist so scheiße. Okay. Dann wissen wir, was wir nächste Folge zu tun haben. Bis dahin und tschüss. Ja. Jochen Stahl… Vielen Dank.